Nachdem sie Carthago nach einer langen Reise hinter sich gelassen hatten, befanden sich Aeneas und seine Leute erneut auf der Insel Sizilien und näherten sich ihrem endgültigen Ziel. Diesmal trafen sie auf ein gastfreundliches Dorf. Dort herrschte Axestes, ein König und Sohn einer trojanischen Adeligen. Aus diesem Grund wurden die Trojaner in diesem Land herzlich aufgenommen. Als Juno jedoch bemerkte, dass Aeneas im Begriff war, sein Schicksal zu erfüllen, schickte sie die Göttin Iris, um die Gemüte der Trojaner und der älteren Menschen zu vergiften, die das Leid, das sie so lange auf See erfahren hatten, nicht mehr tragen konnten. Ehe Aeneas sich versah, hatten die Frauen und die Älteren einen großen Teil von Aeneas Schiff verbrannt, weil sie in Axestes reich bleiben wollten. Der trojanische Anführer starrte verzweifelt auf seinen besten Schiffe, die brannten. Doch Jupiter ließ nicht zu, dass die Ältesten alle Schiffe abfackelten und drohte ihn mit Blitz und Donner. In dieser Nacht wurde Aeneas von dem Gespenst seines Vaters, dem alten Anchises, besucht, der seinem Sohn von Jupiters Befehlen erzählte. Er wies Aeneas an, die stärksten Krieger und die jüngsten und gesündesten Frauen zu versammeln, damit sie an Bord der verbliebenen Schiffe gehen und endlich das Land erreichen konnten, das die Götter ihnen versprochen hatten. Nachdem er neue Vorräte aufgetrieben hatte, brach Aeneas mit seinen ausgewählten Männern auf und ließ die Alten und Kranken sowie die Frauen, die nicht weiterziehen wollten, zurück. Diejenigen, die blieben, fanden ein Dorf vor, das nach dem König, der sie aufgenommen hatte, Axesta genannt wurde. Aeneas' Reise nach Italien verlief reibungslos, denn Jupiter hatte genug von Jonos Einmischung und zwang sie, die Weiterreise der Trojaner nicht länger zu behindern. Außerdem bat er Neptun, das Meer zu beruhigen, damit die Fahrt leichter wurde. Aeneas und seine schwindende Flotte erreichten Italien in der Nähe der Tibermündung. Diese Region war unter dem Namen Latium bekannt, da dort die Latiner lebten. An Land begannen die Trojaner, große, flache Weizenkuchen zu backen. Und als sie diese als Tisch benutzten, auf dem sie andere Gerichte servierten, sagte der junge Ascanius, »Wir essen unsere eigenen Tische?« Da erinnerte sich Aeneas an den Fluch der Harpien, der besagte, dass sie leiden würden, bis sie von ihren eigenen Tischen essen würden. Aeneas verstand, dass dies der Ort war, an dem sich die Trojaner niederlassen würden, wie es die Götter vorhergesehen hatten. Und dies war das gesegnete Land, aus dem sie eine Siedlung errichten würden, die den Keim für das mächtigste Reich bilden sollte, das die Welt je gesehen hatte.